Hallo und herzlich willkommen bei einer kleinen Runde Let's Play mit mir und Jadokokong 2. Ja, erstmal mal ein bisschen geblieben. Wir haben das Arena gemacht. Ja, und einen Bugisch mitgenommen. So, kannst du schnell gucken. Ob ich denn noch einen Tiki-Drech habe und einen Torch? Einen Torch habe ich noch nicht. Aber einen Tiki-Drech dürfte ich haben. Einen Tiki-Drech. Ja, haben wir. Zwar nur eins bis jetzt, aber das wurde halt gewünscht. Oder lässt das andere Mauern... Bis jetzt sind ja noch beide drin. Hat sich ja noch kein anderer gemeldet. So, erstmal, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das gerade aufnehme hier. Ähm, ja, was machen wir denn jetzt? Das haben wir erkundet, das haben wir erkundet, das haben wir erkundet. Na gut. Ähm, trainieren? Nääääh. Ich geh natürlich in meinen Lieblingswald zuerst rein. Wahrscheinlich könnt ihr diesen Wald schon gar nicht mehr sehen, deswegen geh ich da mal ganz schnell rein und mach alles zu Ende. Komm, sieh mich. Ach, gut, geh. Geh, ach, eben nicht. U.S.C.A.P. Ich bin schon wieder jung, hast du so einen Schritt zusammen. Wo ist der? Auf der Wasserseite, okay. Na gut. Ähm. Näääh. Von dem haben wir eigentlich schon so viel genug. Von dem Holi-E-Fiech. Ich mag die eigentlich auch nicht so besonders. Oh, Gott. Dum, 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 dum. Natürlich macht jetzt Mot-Monti hier gar nichts, weil er keine Wassertaken hat. Und deswegen... Attacke! Attacke! Muss mir den Lippen so schrocken. Das ist total ätzend. Na gut. Ähm, haben wir eigentlich irgendwelche Items dabei? Natürlich nicht. Ach, egal. Pack mal schon. Egal, wenn da irgendwann mal ein... ...Biest-Hunter oder so einfach mal so im Weg steht. Und uns auf die Rübe haut. Weil wir wieder so tolle Divine-Biest haben. Ah, hier. Na gut. HP. Braucht denn etwas für Mana? Das wär nicht schlecht. Hm, Heilung. Na gut. Heilung können wir gebrauchen. Okay. Okay. Ähm, mal ganz schnell, ganz kurz hier. Zack, zack. Ich weiß gerade nicht, was ich erzählen soll. Deswegen mache ich eigentlich auch sehr gerne, äh... ...spiele ich eigentlich auch sehr gerne mit Leuten zusammen. Aber halt dadurch, dass ich studiere... Äh... ...geht das natürlich nicht. Die anderen Leute haben natürlich auch noch was zu tun. Da fällt einem noch mehr ein. Mehr Scheiße ein und sowas alles. Dieses doofe Wacker-Lied. Das ist auch nix. Wie ihr wisst, ich warte immer noch darauf, dass ich irgendwann mal diesen Gaara bekomme, der Barriere kann. Aber ich verliere langsam die Hoffnung. Naja, wenigstens gibst du ein bisschen Kohle. Naja, gehen wir einfach hier rein da jetzt. Oh, so. Danke. Danke. Unser Muskelviech. Tamantotsch. Ups. Hm. Immer schön. Sicherheitsspeichern. Wir fangen jetzt mal nicht neu an, wenn wir jetzt hier scheitern sollen, weil das wäre ja blöd. Das wäre ein ungewöhnliches. Hm. Ach nee, ein Spy. Okay. Äh, guck mal was du hast. Ist die Drohnen-Power. Das könnte ich doch gebrauchen. Äh... Attack-Game-Book. Protect. Okay. Ja, dann einmal Siegen-Book, einmal Attack-Book und... Ja. Das reicht. Den Rest bitte verkaufen. Danke. Danke. Willkommen. Willkommen, dass du dich kennst. Du, du bist Kahu? Wie, wie wirst du das wissen? Du bist das Enem der Schmerzen-Nicht. Du versuchst, die Erde zu bekommen, um diese Schmerzen-Nicht zu verhindern, richtig? Ich schaue es, aber ich versuche nicht, dass ich das machen. Dann, ich werde dich verhindern, Kahu. Dann, Choco, mein... Okay. Der auf uns aufgesetzte Hunter ist hier drin. Ist ja ganz toll. Okay. Okay. Dann machen wir gar nicht so schnell fix kaputt. Okay. Noch nicht. Doch. Correct. Super. Sie hat ein sehr gutes Team. In beiden. Äh... Jetzt einfach mal ganz fieserweise... Das hier. So. Attacke. Yes! Gegiftet. So. 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 Er zieht zwar nicht so viel ab, aber... Genau. Es hilft uns. Ja, er kannste mich nicht heilen mit seiner Lüte. So, aber gleich müsste ich zu wechseln. Äh... rechts von Wasser... da ist Erde. Okay. Das bringt ihn ja sehr viel. Wahrscheinlich hat er da einmal Barresen und einmal so'n Leve, was... äh... 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 Genau das meinte ich, was ihm Stärke gibt. Ja. Ne, doch nicht. Das kommt aus Ramakis. Jetzt pulle ich hier an meiner Lüte. Warum nicht? Echt? Schlechte Einwohner. Welche Abweken? Oh nein. Ich denke... Ich bin nicht so'n... In der. Ich bin nicht so'n. Ich bin nicht so'n... Ich bin so'n... Ich bin aber... Ja, Alter, das bringt ja doch nichts. Du stupst das sowieso. Ja, wie sehen könnt, das Gift, das deckt auch, wenn er gerade nicht ausgewählt ist. Das ist eigentlich ganz cool. Er wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr da sein. Ich weiß. Ich versuche nur ein bisschen Mara zu sparen. Also für die Feuerfücher. Jetzt müssen wir die jetzt mal lassen fliegen. Ja, Mara, Junge mal. Aber 20 zieht gar nicht schon viel ab, also schon geschleppt. Na gut, das ist eine B-Attacke, oder? Das muss man jetzt schon reinnehmen. Jetzt, es sieht gut aus. Mann, kaputt. Woher ist es in dir? Tja, da hast du wohl verloren, mein Freund. Sehr schön. Und wir haben eine Figur bekommen. Freund Schoko. Ich glaube, ich glaube, ich hatte noch nie alle. Ich glaube, ich hatte noch nie mehr als drei. Äh, noch nie mehr als zwei. Also ist das schon ein Rekord. So, wie ihr sehen könnt, ist hier die Keyspawn natürlich nicht. Denn wir haben den Boss nicht versiegt. Bloß ein kleiner Mini-Boss hier. Das Gute an den Viechern ist, dass sie so langsam sind. Also für mich. Als Gegner. Das ist ein Leif. Der wird nicht meine Barriere haben. Ich frage mich gerade, was er hat. Mal gucken, was er ist. Äh, drücken Statuswenderung nach oben. Wahrscheinlich Defensive. Ja. Aber die. Gott, ey. Das ist ja nichts. Na ja. Ätsi Batsch. Du kommst doch nicht durch, wa? Ja, ist gut. Aber man geht es. Ja. Ah, hier geht es wahrscheinlich weiter. Ja. Ich mach mal für mich ein bisschen lauter. Tja, da ist er, ein riesiger Kaktus. Na gut, die schöne Bassmusik. Was, die so groß sind, ey? Ich kann ja mal versuchen, ob ich ihn zu vergiften bekomme. Oh, 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 oh. Das ist ganz böse. Aber ein Schlag geht ihm auch noch aus. Ah, jetzt kommt die dritte Entwicklung. Yeah. Doppel-Yeah. Hat funktioniert. So, jetzt noch mal wieder das Erdviech. Sagara. Das war wohl nix, was? Ja. Oh Gott. Ah, schon mal. Hmm. Okay. So. Nehmen du so kommst. Na gut, mein Freund. Dann nehmen so. Ich hab' hier. Ich würde jetzt interessieren, ob du jetzt die ganze Zeit Medinia machst. Also mir soll es ja egal sein. Doch normalerweise machst du es nicht so oft. Wahrscheinlich haben wir gerade einen Bug gefunden oder so. Naja, egal. Tausend. Was dem Gara leider nichts bringt. So, jetzt haben wir den Gesicht. Da kommt ein Deep Resume. Und ein Lofty Gem. Und ein Brüllgem Gem. Und eine Kiesbohrer. So, hier ist die Tür, okay. Ey, gibt es für C kein Baridis oder was? Na gut. Dann gehe ich jetzt mal zurück. Obwohl, ne. Ich zeige euch nur noch wenigstens das Areal kurz. Dann gehe ich zurück. Und beende die Session. Ich mache jetzt halt für die nächsten drei Bosse. Mach ich halt jedes einzelne Video. Das kommt dann aber dann jeden Tag eins hoch. Versprochen. Also nicht so wie vorher mal mit zwei. Ja. Hier seht ihr Orks. Umnatschen. Schneid. Ähm, ja. Ihr könnt gespannt sein. Aber erstmal gehen wir zurück. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Einen schönen Abend noch. Tschüss.